Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück am Ende der Welt. Im letzten Part haben wir zwei Doppelkämpfer gemacht. Erstmal gegen Galaktotypen und dann haben wir zusammen mit Robert, Mars und Jupiter verkloppt. Und jetzt versucht Dialga gerade, ja, die Welt zu zerstören, damit er sie neu schaffen kann. Aber da sind wir natürlich da und das Problem, was ich gerade habe, wir können unsere Pokémon nicht wechseln. Wir kämpfen gleich gegen Cyrozone, kann meine Pokémon nicht wechseln. Ich wollte eigentlich mit Kakashi und Lilliran. Na, dann wollen wir mal weitermachen und hoffen wir, dass wir vielleicht doch noch wechseln können. Oh, die Eiger, das ist fantastisch, überwältigend. Die Erschaffung einer neuen Galaxie, meine neue Welt. Ne, ich glaube, da hat jemand was gegen. W-was? Selfies, da. Whisperit und Tobutz. Tja, die haben wir uns dagegen. Plopp, plopp, plopp. Wie ich wegploppen. Oh, hallo, Whisperit. Ja, ja, alles gut. Die rote Kette, sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Wieso erscheint Whisperit das Pokémon der See vom Wehe Wahrheit neben dir? Egal, völlig egal, es ist alles zu spät. Meine Galaxie ist zerstört. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die drei wieder anfangen und eine neue rote Kette hererschmieden. Und vorher werde ich dich zerschmettern. Nein, ich wollte meine Pokémon wechseln. Außerdem wollte ich was einstellen, was ich vergessen habe einzustellen. Und zwar habe ich noch Pokémon auf Tausch und nicht auf Folge. Oh, er hat wieder Palkia, ernsthaft. Ach nö, warum? Hagelsturm. Also Leute, wie gesagt, ich habe in dieser Aufnahmesession, also in dieser... Oh Gott, nein, nicht schon wieder. In diesem Spielstand habe ich leider noch Tausch drin, anstatt von Folge. Es kann nicht angehen. Der zerstört wieder alles. Erstes High-Item. Noch irgendwas anderes, bitte. Oh, nicht um die Frage. Bitte, zieh nicht so viel ab. Bitte, bitte, das ist nur ein Step. Ja, das sieht ja schon mal wieder wund aus. Oh, nicht schon wieder, ey. Der zerstört schon wieder unser Team. Wieso hat der schon wieder die Palkia? Du bist kein Rivale. Das war's. Oh, Miyakis. Das fällt mir gar nicht. Oh, Brock wird auch nicht viel ausrichten können. Aber ich versuch's einfach mal mit Hon-Fu-Strafe. Versuch's erstmal zu verwirren. Wieso ist das schon wieder schneller, Alter? Wie schnell ist das Palkia denn bitte? Wenn du jetzt noch verwirrst, ne? Ja, super. Er critet uns weg. Warum nicht? Alter. Ich hasse es. Da bin ich böse, echt. Nicht nur hier mit Lechis rumschmeißen, aber dann auch noch schön critten. Ja. Ich muss Kakashi wieder die sie ansetzen. Lilly wird uns wesentlich wenig bringen, obwohl, warte, wir können mit Lilly arbeiten. Ich zeig euch, warum. Wir können mit Lilly jetzt erstmal, nämlich mit Charm, den total nervigen, hohen Angriff von Palkia wegmachen. Aquawelle, wie ihr seht, zieht uns wesentlich wenig ab. Und dann können wir erstmal mit Lilly so locker arbeiten. Also wenn dann gleich die Anfrage auch zum Tauschen kommt, werde ich die wegklicken und werde dann danach austauschen, weil es muss ja eigentlich so sein. Da kommt der Raumschlag. Ist der Raumschlag physisch eigentlich? Wenn nicht, dann ist meine ganze Strategie dahin. Meine ganze Strategie ist dahin. Aber es kann klappen, es kann klappen, es kann klappen. So. So. Zweites High-Item. Sehr schön. So. Jetzt machen wir noch Säure-Panzer. Ich werde jetzt Lilly richtig pushen, sodass sie auch die nächsten Pokémon, äh, ja, Dankeschön, überstehen kann. Er hat Drachen, dann heißt das wahrscheinlich wieder, dass er danach auch noch Quarkraiser hat. Ja, er kommt bestimmt, das wäre das total Team, wo ich sagen würde, oh, am besten noch so Palkia, dann Quarkraiser, dann kommt dann Dialga am besten noch an. Weißt du, dann kündige ich. Dann kündige ich. Aber jetzt müssen wir jetzt sowieso Palkia wegkriegen, hier. Aquavelle. Damit kannst du gerne arbeiten. Das kann mich zwar verwirrend, was mich nerven würde, aber da wir unsere Verteidigung auch aufgeboostet haben. So, Surfer. Ich kann nichts machen. Klinja hat gerade keine sonst schönen Attacken. Natürlich sind wir jetzt verwirrt, wo wir angreifen wollen. Wie überraschend. Und wir treffen... Och Mann, ey. Wenn's... Ey. Was ist so? So, ich muss mich wieder heilen, weil wenn jetzt ein Raubenschlag kommt, wäre Lilly weg. Drittes Highlighten und jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch, jetzt wird's kritisch, Leute. Ja, da kommt er. Das heißt, wir müssen das vierte Highlighten gleich auch noch hinterher schmeißen und dann hoffen, dass es gut läuft. Ich mein, jetzt fängt Lilly besser ab als manch andere, aber es ist auch letztes Highlighten. Ich bin beim ersten Pokémon, das ist das erste Pokémon. Hallo, das ist sein erstes Pokémon. Komm, bitte komm durch, Lilly. Bitte komm durch. Alter, jetzt gehöre oft mit dem Quitz. Was ist denn das? Wenn er nicht einen mit einem Schlag killt. Ja, das war's. Ich glaub nicht, dass wir den Kampf schaffen. Komm, das hältst du aus. Das ist physisch. Ja, er kriegt auch noch den Antikraft-Boost. Ja, hoffe nicht. Da wird dich ja auch schon so locker besiegen gerade. Das war der größte Schaden. Leute, das können wir nicht gewinnen. Das können wir absolut nicht gewinnen. Das ist so übertrieben. Tschüss, Lilly. Aber das wird jetzt... Nee. Was ist das denn? Lilly weigert sich darum zu gehen. Oh, Alter. Und er sitzt... Das hat noch nicht mal... Das hat... Das ist noch nicht mal über die Hälfte. Und er setzt ein Super-Zweck ein. Ich versuche jetzt nur eine Sache für Kakashi zu machen. Hoffentlich wirkt es. Na, leider. Ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt gehofft, dass die Flink-Claw ist nicht aktiviert, aber... Ich wollte nur mal den Angriff senken können. Kakashi. So. Let's gucken. Bericht. Ja, Angriff ist höher. Der Donnerschlag hat 75. Ladungsstoß hat 80. Das ist ja klar, was ich einsetze. Aber vorher... Obwohl, das bringt glaube ich auch nichts mehr. Nein. Ich habe überlegt, Lichtschill zu machen, aber... Das bringt nichts. Ja, im schlimmsten Fall... Killt uns jetzt der Rumschlag mit One-Hit. Ja, das war's. Das können wir nicht mehr gewinnen. Das ist... Zu Ende, Leute. Ich glaube, unsere Redlock-Challenge endet heute. Das können wir nicht mehr gewinnen. Aufgrund dessen, dass er hier mit einem Peike ankommt, das nicht nur übermächtig ist, sondern auch noch... Krittet hier. Das hat kein Crit. Ja, Leute. Das war's mit unserer Nuz-Lock-Challenge. Wir sind ja in der Redlock-Challenge. Wir können uns nicht mehr heilen. Wir haben meine Heile-Items. Haku wird... Äh... Palikia jetzt sicherlich nicht... Äh... One-Hitten mit Käfer gebrommen. Okay. Ich hab's gewusst. Ich hätt's mir denken können, dass Cyrus unser Ende sein könnte. Aber es ist auch übertrieben hier mit Palikia. Und ich will nicht wissen, was danach noch bekommen wäre. Das war's. Das war's, Leute. Damit haben wir die Redlock-Challenge verloren. Ach, Leute. Ey, das ist auch so ein mieser Unfair gewesen mit Palikia. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt wirklich euer Bestes gegeben, aber... Das war... Unmöglich zu schaffen. Ja, Leute. Könnte ich mir viel machen. Das war die Redlock-Challenge. War echt schade. Also, ich hätte noch gehofft, dass... Äh... Das, ja. Dass wir weiterkommen. Aber... Es sollte nicht sein. Und, ja. Was soll ich noch danach sagen? Es ist grad so... Oh, es ist grad so erschlagend. Ich hab gedacht, du musst es schaffen. Es sollte nicht sein. Es sollte definitiv sein. Vielleicht hätte ich auch vorher trainieren sollen. Man weiß es nicht. Aber... Zu spät ist zu spät. Und, ja. Ich denke, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich von euch jetzt. Ich bedanke mich vielmals bei allen, die dieses Projekt mit durchgeguckt haben, mitgefiebert haben. Wenn es euch gefallen hat, guckt doch noch die vorherigen Folgen oder die anderen Let's Plays. Ein Däumchen wäre super. Und natürlich auch ein Drück auf den Abonnier-Button. Und, ja, Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Pokémon-Challenge wieder. Und bis dahin, bleibt sauber. Und bis dahin, bleibt sauber. Bleibt euch treu. Und versucht doch auch mal ein paar Nass-Lock-Challenge. Ich sag euch, die machen sehr viel Spaß. Und wie ihr gerade gesehen habt, sind die wahnsinnig herausfordernd. Also dann, Leute. Bis dahin. Und ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.